es echt ja mir packt die roh die kürbisse ist richtig ob wir uns fehlen nur noch nur noch keiner noch vier ich habe noch einen hier er hat mal wie viele fische habt ihr ich hab jetzt in der tröße 13 ja in der tröße 13 16 und dann haben wir 20 fische haben du meine fackeln genommen ja auch ich wieder er ist meine aufgabe dafür und kürbisse noch dann habe ich es gleich ja ich mache eben die 2 die kulturelle hier da sind sie beide zack zack es wird auch nur noch ein kürbis danach und dann haben wir es ja und fünf tische ja du hast ein wollblock weil es schön aussieht ok nein verarscht da brauchst du einfach mein schild ab sorry lol dreh dich mal ganz kurz um ok ok meine gebete wurden erhört wachse kurbis hab's schon juhu nächste aufgabe abhaken extra schön in die das mikro halten ne und jetzt hier diese dumme scheiß ich war mir extra aus bösen gründen abgebaut das heißt ich kann fischen gehen viel spaß und wäre fast gestorben geh immer fischen ich ich mache mir dann mal eine angel luke mal wenn ich verfolgt hinter dir ach jetzt ist der creeper doch nicht mehr hinter dir habt ihr noch fäden ich kann dir eine angel geben meine weil ich wollte jetzt um mich hochgehen ganz kurz ne moment ich mach mir mal kurz eine ja den regen drei stöcke fickt dich wer ja jährlich ich bin jetzt der tippel hier aber grüß mich nicht hier runter b boah wie gingen die mies viele skenete hier rumlaufen ja das ist auch ich glaube ich noch um etwas vaternehmen immer kurz in den Spinnen haben da gibt es den alten Helm zum Weg sind eigentlich Monster die die Helme haben auch stärker als andere keine Ahnung kann ich glaube nicht das wäre das war logisch aber ja ein fisch ja meine Aufgabe ist erfüllt das war mein Fisch den ich noch beitrag wie viele Fische fehlen euch noch äh nicht mehr viele ich glaube vier stück noch oder so ja vier glaube ich dann mache ich mir keine Ahnung mehr dann mache ich noch irgendwie auch noch angeln ich gebe dir meine nein okay habe ich auch einen Beitrag dazu geleistet ne ja 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 es sei denn du fängst keinen Fisch hoh es beißt nix mehr an das ist doch scheiße warte ich gebe dir angel hier bju angel 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 so und alle Truner wir auch gucken jetzt wird es Spaß oh noch drei Fische ich hab einen ich hab jetzt vier insgesamt ich hab mal die Schweine gefragt ich hab mal die Schweine gefragt drei macht ihr mal einen Countdown also wenn ihr einen Fisch habt ne warte äh 18 sind hier oben wie zieht man die andere noch mal ein mit rechts oder links klick rechts hey hier seht ihr die Schweinchen die werden jetzt sterben ich hab nen Fisch ich hab ne verzauberte Axt cool zwei noch äh ja ich hab ähm Dings oh da ist ein Creeper vor gewesen ein Fisch noch da müssen wir halt nur noch kochen aber ich glaube ja du hast du hast ne die unsichtbare Angelrute hatte bei mir Fisch oder diese diese ein gut die noch ein bisschen wie viele Fische fehlt insgesamt noch wie vielleicht jeder keine mehr keiner mehr jetzt haben wir alle jetzt dann haben wir dieses Projekt endlich abgeschlossen nein nein nicht dass es irgendwie scheiße wäre aber müssen noch äh Dingsens wir müssen noch Dingsens ne vergisst das nicht was was äh die Fische kochen achso ja das wir weiß nicht mehr was geht ja dann haben wir Holzwerkzeuge oder irgendwie andere Holzsinnlose Holzsachen dann nehmen wir die einfach Luke viel Spaß wir haben genug Kohle Luke viel Spaß gut Spaß danke für Enderpearl lass die Schweine ertrinken haha genau nein wirklich lass die Schweine ertrinken nicht ich bin nicht Gott ich bin nicht ich bin mal ich habe mich schwer verzeiht da ich habe mich an der Stelle aber ich habe es am Abend was kaputt er die Schweine ertrinken leider nicht wirklich nicht kocht kocht um zu machen was er wusste auch mit der Fischström nach der Mutter muss mehr wasser ein er muss mehr als ein da ist das ich entdeckte die dann sind da Loll ist sie was wir haben na was haben jetzt 25 Fische der Gierleiter ist neben dem Euro ach so auch ich dachte 20 sich das so hat er auch mal herren waren 20 deswegen er wurde sonst wer es eigentlich noch mit dem Prozent den wenn ich noch einmal Prozent schaue an die unterste Kiste rechts und sieht ihr sie auch alle Aufgaben erfüllt haben hier ja es hat auch die Fische noch nicht das Bett haben wir das haben wir den Grund jetzt nicht jetzt müssen die Schweine aber er trinken es wäre das echt blöd aus heute zum Abschluss den Zuschauer noch sagen Hosen sollte man nicht verzehren das kann zu Magenkrämpfen führen der Beruf Klostopfer wird nicht so gut bezahlt wie man eventuell denken mag Enten machen kein Echo keiner weiß wieso und die Zahl 666 ist die Zahl des Teufels und deswegen wird der Psalm den Salomo geschrieben hat auch vielleicht mit dem Teufel verbunden so Ende ja ich hätte da vielleicht noch etwas sinnvolleres und zwar kommt er demnächst noch ein Projekt von uns alle wir alle vertreten sind den Namen sage ich noch nicht es fängt mit Z an und hört es mit Y auf Prozent ja ein Abschluss ja zwischen der würde ich sagen frisch äh frische Fische geht zurück ins Meer und sonst noch wer abschließende Worte und kann Pau da braucht auch kein Schwein nö viel Glück ja ich auch ich komm auch weiter ja ja dann so hat der unsichtbare Angler bei mir noch was zu sagen ja ich kann mich auch noch mal kurz so hinstellen als würd ich angeln dann wird dann dann sehr kommen wir alle noch mal zum Abschluss ich hab keine Angeln mehr neugol wir tun so warte mal ja ich nehme mir nicht den Speed Expressway auch warte ich ich kann so seht ihr wie ich angel? tja mit meiner Enderperle angel ich oh sorry genau ich mach einen noch 10 Sekunden später ist schon mehr durchgemacht ja ich angel wirklich mit meiner Angelroute die hier vor mir direkt ist die rumbackt ahahahahahahaha ja tschau Leute huiii fies Sachen hehehe ja x ja x x x